Hallo meine lieben Sternfreunde, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen hier. Ihr seht, hinter mir ist schon der Weihnachtsbaum. Ja, er ist noch nicht so richtig geschmückt, aber ich habe ihn mir vor ein paar Tagen gegönnt. Und ich bin auch ganz glücklich über diesen Baum, denn er hat, als ich ihn gesehen habe, ich hatte eigentlich schon so einen anderen Baum gesehen und dachte, ach der ist süß, und bin dann weitergegangen, so den Gang entlang und dann stand da dieser Baum und der hat hier so Kelch-artige Äste, also an der Stelle sind alle Äste so, wachsen wie so ein Kelch nach oben. Und da habe ich gedacht, wow, das ist schön, das gefällt mir besonders. Also habe ich mich nochmal zu dem anderen Baum gewandt, habe mich bei ihm bedankt, habe gesagt, du findest eine andere Familie und habe dann diesen mitgenommen. Es ist irgendwie ein bisschen so, zumindest bei mir ist es immer wieder so, Ihr kennt das vielleicht auch, dass man manchmal sagt, ja und dann hat mich das im Laden so angelacht und dann musste ich das einfach mitnehmen und so ein bisschen war das mit diesem Baum. Das heißt, die Kommunikation, die ich mit mir gehabt habe oder halt auch mit diesem Baum, hat dann am Ende dazu geführt, dass ich entschieden habe, diesen Baum zu nehmen. Und um Kommunikation geht es hier auch in diesem Video, denn ich möchte hier noch einmal zum Abschluss des Jahres die Botschaften, die Jupiter und Merkur miteinander uns vermittelt haben, nochmal erzählen. Der Zyklus, der zwischen Merkur und Jupiter stattgefunden hat, begann am 23. März noch im Widder. Da haben die sich getroffen, kurz bevor Jupiter in den Stier überging. Und es ging dabei darum, dass einmal der Jupiter im Stier ist. Also es ging um die Möglichkeiten und Chancen auch zu ergreifen, die handfest und konkret uns auch mit unserem Selbstwert verbinden oder halt auch unsere Werte steigern können. Und der Merkur hat im Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock, halt seine Rückläufigkeiten. Und da sich das dann alles in den Erdzeichen trifft, haben Jupiter und Merkur eben so viele schöne Aspekte miteinander gehabt dieses Jahr. Und da Merkur für unsere Denke zuständig ist, für die Kommunikation, für die Vermittlung, für auch das innere Gespräch mit uns selber, also auch dem, was wir uns selber erzählen, ist hier der Jupiter eigentlich immer so im Rücken gestanden und hat gesagt, Hey, glaube daran, du bist großartig, du bist wunderbar, glaube an dich, gehe deinen Weg. Und nun, genau, und es begann nämlich genau damit, dass schon die Konjunktion im März auf dem 19. Grad entweder sagte, Du fliegst auf einem Zauberteppich und du musst einfach nur lernen, das loszulassen, woran du festhältst, weil du meinst, dass es dir Sicherheit gibt und zu schauen, welche Möglichkeiten sich noch ergeben. Im Juli dann haben Jupiter in Stier und Merkur in Löwe ein Quadrat gebaut. Und wenn es ein Quadrat ist, was Jupiter mit anderen Planeten verbindet, dann ist es eigentlich ein sehr positiver Aspekt, denn bei Jupiter kann ja manchmal auch alles ein bisschen zu viel werden. Und ein Quadrat stampft es dann wieder runter auf die realen Maße. Und es ging um den Selbstausdruck und es ging darum, dass man halt, ja, reift und dass man seinen Selbstausdruck auch trainiert, indem man ihn immer wieder übt. Wie zum Beispiel, ich mache jede Woche ein Video und damit übe ich ja auch, mich zu präsentieren. Und es ist völlig in Ordnung, sagte Jupiter in Stier auf dem 19. Grad, wenn du diesem Selbstausdruck wirklich auch den Raum gibst. Es ist ein authentisches Gefühl, es ist ein ganz natürliches Verlangen, dass jeder von uns gesehen werden möchte und strahlen möchte und anerkannt werden möchte. Und das ist total in Ordnung und hat nichts mit übertriebenem Egoismus zu tun. Dabei ist aber ganz wichtig, sagte Merkur dann im Löwen, dass du trotzdem dein Umfeld auch beachtest und die Gemeinschaft, die da ist, um dich zu unterstützen, sozusagen nicht vor den Kopf stößt, um dich weiterzuentwickeln. Weil dann findest du auch immer Menschen, die dir bereitwillig zur Seite stehen und dir den Rücken stärken. Am 10.8. machte dann Jupiter mit Merkur das erste Trigon. Ein Trigon ist immer ein sehr wohlwollender Aspekt. Und es ist ein Aspekt, wo die Kräfte miteinander im Flow sind, also sehr gut miteinander kommunizieren. Und Jupiter auf seinem Grad sagte, hey, die Chancen sind da, die Hindernisse auf deinem Weg der Selbstverbesserung zu überwinden, wenn du mit dir wirklich mit deinem Herzen gehst und mutig zu dir stehst. Und Merkur auf der anderen Seite, der sagte, ja, und was du sagst, was du denkst, wie du kommunizierst, widerspiegelt ja auch deine Persönlichkeit. Und dabei ist natürlich ganz entscheidend, dass alles, was du bist, im Endeffekt auch ein Ergebnis dessen bist, woher du kommst. Also die sieben Generationen vor dir oder zumindest deine Eltern. Sei ihnen nicht böse dafür, dass sie vielleicht dir Dinge beigebracht haben, die dich heute auf deinem Weg noch hemmen. Sondern die haben dir das beigebracht, weil sie meinten, dass es richtig sei. Und deine Aufgabe in deinem Leben ist, für dich deine Gesetzmäßigkeiten und deine Kommunikationswege und deinen eigenen Verstand vor allem auch einzusetzen und zu verwenden. Genau, um dich dann letzten Endes selbst zu verbessern. Am 4. September machte dann auf dem 16. Grad Jupiter in Stier und Merkur dann in seiner Rückläufigkeit schon wieder ein Trigon. Und da wurde dann daran erinnert, dass alles alte Wissen nach einer Überprüfung auf jeden Fall auch sich bewährt, solange es eben, wie soll ich sagen, mitwachsen darf. Das heißt, es braucht Erneuerung, damit es das alte Wissen, die alte Tradition weitergetragen werden kann, braucht sie auch eine Erneuerung und sie die Chance darin, dass diese Erneuerung letzten Endes auch eine Neugestaltung oder eine Neugeburt für dich sein kann. Und Merkur sagte, vergiss dabei nicht, dass du halt ein Tier bist, auch du, so wie die anderen Säugetiere auch, und Urinstinkte hast, auf die du sehr wohl hören solltest. Nicht immer nur hier im Kopf, sondern wir haben zwei Gehirne. Und das erste Gehirn ist das des Darms. Denn lange bevor dieses Gehirn sich entwickelt hat, war der Darm schon längst da. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, lange bevor es die Augen gab, gab es schon die Nase. Und deswegen, weil der Geruch ist einfach unser ältester Sinn, ja, und jedes einzelne Organ in unserem Körper hat sogar Geruchssensoren, obwohl es keine Augen hat. Und das Herz zum Beispiel liebt den Geruch von Orange. Daher ist es ganz klar, dass die Weihnachtszeit zum Beispiel auch so eine Herzenszeit ist, weil wir uns zum Beispiel mit Tannenduft oder Orangenduft umgeben und das wirklich das Herz beruhigt und sozusagen in Flow bringt. Und daher, also am 4.9. ging es darum, sich darauf zu fokussieren, dass man den Urinstinkten auch vertrauen sollte. Am 25.9. fand dann schon wieder ein Trigon statt und zwar wieder wie am 10.8. auf dem 15. Grad. Das heißt, es ging wieder um die Selbstverbesserung. Es ging wieder um die Anerkennung dessen, wo du herkommst und die Verarbeitung dessen, wie du das für die Zukunft weiter ausarbeitest. Geh in dich und werde dir bewusst, was dich aber jetzt daran hindert zu wachsen, sagte der Jupiter, weil er nun rückläufig war. Das heißt, die ganze Zeit ist er nach vorne geprescht und in der Rückläufigkeit geht es um das innere Wachstum und um das Bewusstsein, wo kann ich noch an mir arbeiten. Und der Merkur, der halt genauso wie am 10.8. auch wieder auf dem Grad stand, war dann nicht mehr rückläufig und hat dann die Gedanken schon in die Zukunft geleitet. Nutze die Erkenntnisse, die du also jetzt hast, die du jetzt gewinnst und egal, ob es negative oder positive Erlebnisse waren, die dir da in den Sinn gekommen sind oder wo du sagst, deswegen habe ich nicht oder so, vergib deinen Ahnen, vergib deinen Eltern, vergib dir vor allem auch, denn Vergebung ist ein Akt der Liebe und wenn du dir vergibst, darf die Liebe strömen und ganz besonders auch deine Liebe darf in dir strömen und aus dir heraus und aus Liebe zu dir kannst du dann weitergehen. Und das hilft nämlich dann auch, den richtigen Weg für sich zu finden, die richtige Arbeit, die richtige Aufgabe. Genau, und dann passierte ein Monat lang nichts und dann ging es schon wieder los. Nicht im Trigon, sondern wieder ähnlich wie beim Quadrat, also wieder eine Konstellation, die halt so ein bisschen fordernd ist. Die Opposition, Merkur und Jupiter standen einander gegenüber am 29.10. Und das war kurz nach dem Vollmond, genau. Wo erlaubst du dir selbst noch nicht, dich voll und ganz auszudrücken, war Jupiters Frage. Du bist, wer du bist und du bist genau so auch gemeint. Wenn du dich nicht an irgendwelchen Vorbildern festtackerst, die deiner Meinung nach genau so sind, wie du meinst, musst du trotzdem, trotzdem immer wieder gucken, egal welches Vorbild, egal welcher Meister, welcher Guru, welche Ideologie und so, immer wieder rein spüren, ist es meins? Und wenn es meins ist, gehe ich damit? Und wenn ich damit gehe, was hält mich noch zurück, mich dann voll und ganz ins Zeug zu legen und mich auszudrücken? Wenn du dir erlaubst zu wachsen, dann erlaubt es dir das Universum dreifach. Und dem gegenüber stand der Skorpion Merkur und sagte, ja, drück dich aus, alles gut, aber pass auf, es ist manchmal nötig, an bestimmten Situationen, Orten, Menschen, Institutionen und so, manchmal so ein bisschen, ja, meine Freundin, eine nette Freundin von mir, die sagte immer, Theater spielen und ist dann immer beleidigt. Ja, manchmal muss man Theater spielen. Manchmal muss man tatsächlich die Authentizität, die man mit sich trägt, vielleicht ein bisschen verkleiden in ein diplomatisches Geschick, in ein hübsches Ballkleid oder so. Das heißt, der Grad, auf dem das stattfand, zwölfter Grad Skorpion Stier, war das Bild beim Skorpion, war der Botschaftsball. Das heißt, man geht da hin, um Kontakte zu knüpfen und zeigt sich von seiner besten Seite. Somit war diese Opposition etwas, was uns zeigen wollte, steh zu dir, aber finde die richtigen Worte, damit man dich auch versteht. Finde den richtigen Modus, den rechten Zeitpunkt, wann du das machst. koche den Tee im Geiste des Tees und reiche ihn dem Gast im Geiste des Gastes. Dann werdet ihr auf jeden Fall eine gute Ebene finden, auf der sich dann gute Gespräche und gute Entwicklung dann, wie sagt man, ausleben lassen. Am 8.12., also vor zehn Tagen, war dann wieder Trigon, Jupiter immer noch in Stier natürlich und Merkur inzwischen dann in Steinbock. Jupiter im Stier war immer noch rückläufig. Das heißt, es geht immer noch um das Wachstum im Inneren, immer noch um die Innenbetrachtung, das Innerleid zu finden, das innere Licht halt auch in sich drin leuchten zu lassen, anzunehmen, zu akzeptieren, zu respektieren, wer du bist. Genau, und dieses Trigon am 8. Dezember wollte uns daran erinnern, dass alles, was jetzt nicht mehr dienlich ist, was du jetzt nach dem ganzen Jahr, seit März gemerkt hast, damit kann ich weiterlaufen, das müsste ich eigentlich ablegen, damit es gut weiterläuft. Diese Dinge sollen dann bitte jetzt auch gehen. Löse dich von dem, was deinem Bestreben nach Fortschritt nicht dienlich war. Und das können natürlich auch innere Glaubenssätze sein, gerade weil Jupiter ja rückläufig ist. Also, wenn es immer noch Glaubenssätze gibt in dir, wo du dich kleiner machst, abhängiger machst, dümmer machst, als du in Wirklichkeit bist, das sind keine dienlichen Glaubenssätze. Dann versuche diese Glaubenssätze zu transformieren. Das sagt Merkur im Steinbock. Das sagt, seid mutig, sei visionär, sei mutig, jetzt aber auch durchzuhalten. Ja, auch wenn sich nicht sofort alles sukzessive in Erfolg umgewandelt hat. Jetzt bist du in einem ganz klaren, persönlichen Nadelöhr und jetzt musst du durchhalten, um deine Meisterschaft zu erlangen. Das nächste Jahr wird dann der Durchbruch und du erlangst die Meisterschaft, indem du die Herausforderungen annimmst, die eben dafür dann auch gefragt sind und dass du halt auch akzeptierst für dich und keine Angst davor hast, dass du eine Weile vielleicht deinen Weg auch alleine gehen musst, weil andere ihn noch nicht nachvollziehen können oder verstehen können. Oder ja, eben verstehen können, dass du jetzt diesen Weg gehst und nicht mehr den, den du bisher die letzten 30 Jahre gegangen bist oder so. Genau, und gerade in der Familie, wenn ich jetzt an Weihnachten denke, gerade die Familie ist ja das, die Ebene, wo wir eigentlich das größte Vertrauen haben und gleichzeitig das größte Unverständnis. Also jeder, der schon versucht hat, mal etwas ganz anders zu machen, als es in der Familie bisher gemacht wurde, der weiß, wovon ich spreche. Ja, Unverständnis ist dann so, dickes Plakat oben drüber, alle große Augen so, äh, wieso machst du das? Das macht man doch nicht. Also heißt es, löst euch von dem Mann noch, was Mann macht oder Frau macht oder so und steht zu euch, auch wenn ihr dann erst einmal nicht verstanden werdet, aber ärgert euch nicht, lasst euch nicht davon triggern, ja, sondern steht dann bei euch und sagt, sie verstehen mich noch nicht, ich vergebe ihnen, so wie ich mir vergebe. Sobald ich meinen Weg ganz klar gehe, werden die anderen in der Schwingung mitgehen. Das sage ich, weil ich die Erfahrung damit gemacht habe. Und nicht nur ich, ich kenne noch einige andere. Gehst du deinen Weg aus vollem Herzen und in Liebe, dann wird irgendwann auch dein Umfeld sich, ich weiß nicht, wie das ist, das ist universelle Magie oder so, dein Umfeld verändert sich automatisch und dann ist auch kein Raum mehr nötig, um sich da irgendwie zu streiten oder sich Vorwürfe zu machen gegenseitig. Nun, am 18.12. ist schon wieder Trigonzeit, denn Merkur ist ja rückläufig geworden und am Abend des 18.12. ist dieses Trigon dann grad genau und der Jupiter immer noch rückläufig, Merkur auch rückläufig. Das heißt, dieses Trigon ist dann eine Doppelreflexion. Es ist wirklich etwas, was ganz und gar nach innen, nach in die Tiefe geht. Bei Jupiter geht es darum, die Brücken zu bauen, um die Trennung zu überwinden, die vielleicht gerade durch Unverständnis zum Beispiel entstanden sind. Oder so. Ja, also egal, welche Rückschläge oder Kritiken es gab, es lohnt sich, dich trotzdem erstens nicht runter machen zu lassen, zweitens die Gemeinschaft trotzdem wert zu schätzen und auch die Kritik, weil eine Kritik kommt meistens, weil jemand es für dich auch besser haben will. Ja, und dann darfst du dich nicht ärgern, sondern sagst, okay, ich gucke mir das mal an und dann schaust du halt, was an dieser Kritik vielleicht wirklich echt ja, bei dir noch zu spüren ist und was vielleicht noch eine Kritik ist an etwas, wo du gar nicht mehr bist. Dann darfst du auch natürlich sagen, hey Leute, ihr habt das neulich gesagt, das und das, aber das habe ich eigentlich schon, das mache ich schon seit vier Jahren nicht mehr und ich finde es zwar ein bisschen traurig, dass ihr das noch nicht gemerkt habt, aber ich sage es euch jetzt, damit ihr das wisst. Dankeschön. Genau, also immer in Liebe bitte, immer in Achtsamkeit für jeden, der auch um dich herum ist. Und der Merkur, um die Reflexion an dieser Ebene mal abzuschließen, es geht um den Abschluss tatsächlich, es geht um den Abschluss, um Stabilität, für Ordnung, um das alles zu erlangen, und dann müssen wir verstehen, dass letzten Endes, egal wovon wir uns gerade versuchen, frei zu machen, alles baut aufeinander auf. Und wir sind auch ein Ergebnis, wie gesagt, unserer ganzen Generation vor uns, aber jede einzelne Generation darf auch mit etwas abschließen, was die vorige Generation vielleicht auch noch nicht zum Abschluss gebracht hatte. und wie gesagt, die Familie versteht einen da nicht unbedingt gleich, aber wenn du den Weg gehst, wird sich das verändern. Und für alle, die gerade nicht mit Familie irgendwie sich rumstreiten müssen, es geht generell darum, schließe Dinge jetzt ab, um neue Dinge erfolgreich zu beginnen. Und da kann das auch wieder, die inneren Glaubenssätze, das, was du dir erzählst, glaube nicht immer alles, was du dir erzählst, sondern überprüfe sogar das, sagt Merkur in Steinbock, wenn er rückläufig ist. Glaube nicht alles, nur weil es schon seit 100 Jahren gilt oder seit 1000. Es ist immer wieder wichtig, selber zu schauen, was ist das, also selber zu schauen, was passiert in mir und wie sind die Fakten da draußen natürlich. Genau. Und damit ist es noch nicht zu Ende. Der Zyklus von Merkur und Jupiter endet erst am 4. Juni, wenn sie dann wieder zusammentreffen. Bis dahin ist Jupiter allerdings dann schon in den Zwillingen und Merkur geht dann auch in die Zwillinge. Das heißt, ab dann ist dann der Zyklus von Jupiter und Merkur in Luft und Feuer. Nur in diesem Jahr war es in Erde und Erde und deswegen ist es so immanent, deswegen ist es so, auch so körperlich spürbar, deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich an den Realitäten arbeitet, mit den Fakten arbeitet und ganz konkret sich Ergebnisse erarbeitet. Und dafür gibt dann halt bis am 10. Februar 2024 nochmal ein schönes Quadrat, also nochmal so ein bisschen so eine Situation, in der nochmal, ja, Kritik laut werden darf. Jupiter dann inzwischen auf dem 9. Grad im Stier, er ist halt momentan ein bisschen langsam wegen der Rückläufigkeit, aber dann wieder direktläufig. Das heißt, es geht dann schon in Richtung Zukunft, es geht dann schon in Richtung Zwilling. Vertraue auf einen neuen Aufbruch. Wenn es dunkel ist, müssen wir das Licht suchen, ja, und Februar ist natürlich nicht mehr ganz so dunkel wie Januar, aber es kann natürlich sein, dass man irgendwie auch frustriert aus dem Jahr 23 rausgeht, weil die Dinge doch nicht so geklappt haben, wie du dir das vorgestellt hast oder weil du doch noch nicht auf deinem Konto sehen kannst, ich bin jetzt finanziell so unabhängig, dass ich für mich entscheiden kann. Aber es ist noch nicht vorbei. Ja, und wenn du dich darauf vorbereitest, dass das nächste Jahr, spätestens wenn Jupiter in Zwillinge geht, auch schneller geht und auch die Kommunikationsebenen dann plötzlich nochmal schneller agieren und auch die, ja, vielleicht auch unter uns Menschen alles ein bisschen wiggeliger und schneller wird und also nicht nur mit KI oder so. Deswegen ist es wichtig, dass du ganz genau weißt, wo du stehst und was du dir vor allem auch wert bist und ja, Selbstwertschätzung und Selbstwertschätzung heißt, ich sehe das Licht in mir und ich teile dieses Licht aus Liebe zu mir mit den anderen und wenn du es nicht siehst, dann beginne es zu suchen. Du hast es, jeder hat es in uns, denn du bist hier auf Erden, das Universum hat dich hergeschickt mit irgendeiner Aufgabe und wenn du wirklich nicht weißt, wie es weitergeht, dann verbinde dich mit anderen Menschen, Menschen, mit denen du ins Gespräch kommst, mit denen du vielleicht dann auch lachen kannst und dann automatisch sich das Licht vermehrt durch die Freude, die wir vielleicht miteinander teilen. Die Freude eines anderen bereitet uns ja auch Freude und wenn wir uns freuen, freuen sich wiederum andere und dann leuchtet unser aller Licht und darum geht es bei Jupiter immer. Dein Persönlichkeitslicht soll leuchten und Merkur setzt dann halt einen drauf und sagt, ja, Vertraue auf Aufbruch, aber das Wichtigste ist, dass du die Veränderung respektierst, die Veränderung, die da ist, die Veränderung, die kommt und dass du zu der Veränderung wirst, die du dir so sehr vielleicht von anderen wünschst oder auch von der Politik, von der Welt, von was auch immer. Solange wir nicht unseren eigenen kleinen Teil auch dazu beitragen und sei es nur hier oben, ja, kann sich ja nichts verändern. Ja, und auch wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich gerade gesagt habe, auch Politik oder so, Umwelt, die Politik kann zwar die Bahnen aufmachen, also die Bahnenregeln, auf denen wir irgendwie uns in eine nachhaltigere Welt bewegen können, aber die Bewegung selber, die müssen wir am Ende immer machen und nicht sagen, ach ja, ist ja alles nicht so schlimm, solange ich noch mein Benzin fürs Auto kriege, ist ja alles nicht so schlimm, sondern da heißt es eben, nicht nur an dich denken, sondern insgesamt die gesamte Welt sehen und wirklich auch mal sehen und dann auch Konsequenz tragen. Stell dir die Zukunft also vor, wie du sie möchtest, aber handle dann auch danach und leg nicht die Finger in den Schoß. Das ist das, was Merkur im Wassermann dann an diesen, in dieser Woche vom 10. Februar dann sagen wird oder als Thema mit reingeht. Ergreife positiven Maßnahmen, wo du kannst und verbinde dich vor allem auch mit denen, die für dich oder mit dir in dieselbe Richtung schauen und dieselben Interessen haben und vielleicht findest du genau die Peer Group, mit der du deine Welt retten kannst oder auch für alle anderen. Wer weiß? Man weiß es ja nie. In jedem steckt eine Führerin, also eine, ein Mensch, der weiß, wo es lang geht. In jedem steckt von uns jemand, der sich Gehör verschaffen kann. In jedem von uns steckt jemand, der in der Lage ist, mit anderen zusammen etwas zu bewegen. Und wenn wir das für uns annehmen und sagen, ich bin so großartig, wie das Universum oder Gott oder wer auch immer mich geschaffen hat und ich bin nicht kleiner als andere, ich stelle mein Licht nicht unter den Scheffel, sondern ich lasse es leuchten, dann kann es ja nur noch besser werden. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Jahresübergang und viel Erfolg mit den Jupiter-Merkur-Aspekten. die noch kommen. Alles Liebe und bis bald, euer Orakel von Delphi. Ciao, ciao.